Zidane! Du bist verletzt, Zidane! Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt endlich verschwinden! Ja, das können wir auch mal schauen, ja. Ähm, es gibt Sachen, die nur Erwachsene was angehen. Ähm, okay, let's fetz! Ab in den Kampf! Ha, zum Glück hab ich Reflekt! Hahaha! Du, 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 du. Aha, brauchst du Hilfe, mein Bester? Liebscher Fehlgeschlagen, Sprung. Aha, wenn sie weiß warum, dann ist okay. Ha, 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 ha. Stöa! Und, kommt, und, geht's weg! Ah, ha, 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 ha. Du schaffst es wohl alleine nicht. Ja, jetzt kommen die ganzen Freunde. Oh, ist das rührend. Oh, ist das rührend. Das ist noch CD3. Genau. Oh. 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 Tututut! Das geht jetzt mal um. Was hat das gemacht? LOL LOL Meine eigenen Leute fast umgebracht? Übernimmst du dich nicht? Ein wenig, mein Bester? Erst in fürsorglichen Kameraden spielen, aber dann alles alleine regeln wollen, was? Ich brauche keine Hilfe. Den alten werde ich mir alleine vorknüpfen. So warte doch, Sidan. Ja, es sieht schon eher so nach Ende aus, wenn sich das jetzt so ein bisschen zuspitzt. Aber es ist erst noch CD3. Also, wir werden mal schauen. Gut, du weißt ja auch nicht, wie groß die einzelnen Sachen sind. So schnell gibt sich ein Steiner nicht geschlagen. Erst häuten, dann braten. Mampf, Steiner, Queener, sogar ihr. Nimm das. Attacke. Attacke. Und tot. Schön wäre es gewesen. Senkt, senkt, senkt. Mal gucken, ob das klappt. Bezweifle es. Mundgeruch. Winnerpfeil. Ihr sollt doch nicht. Nicht genießbar, Mampf. Und einmal bitte zurückwerfen. Läuft. Ihhh, Mundgeruch. Der hat einen Schutz. Gegen Mundgeruch. Es ist ein Käfer. Der ist nicht so geruchsempfindlich bestimmt. Hätte ich mir auch denken können. Jetzt. Nein, habe nicht. Oh, shit. Sink. Attacke! Immer verwillt. Und der macht sie platt. Jawohl. Das ist doch eine meiner leichtesten Übungen. Sieh dann, du darfst uns nicht einfach zurücklassen, Mampf. Du musst mir noch so viele leckere Gerichte zeigen. Und noch habe ich meine Entscheidung nicht getroffen, ob du der Richtige für die Prinzessin bist. Oh, der arme Kerl. Lasst mich doch endlich in Ruhe. Ich kann euch da nicht noch weiter hineinziehen. Ihr seid doch alle zusammen ein Haufen Kindsköpfe. Aber mir ist schon klar, dass ich der größte Kindskopf von allen bin. Oder so traurig, ey. Oh, so. Was ist das? Schildkröle. Ja, baby. Na, macht mir gar nix. Nein, habe nix. Dampfhammer. Oha. Ähm. Einmal Full Heal wahrscheinlich. Lilly. Ist das etwa deine Antwort? Nein. Bahamut. Der Imbadrach raucht 10. Fällt mal hier so ein Godzilla-Laser. Der Imbadrach raucht 10. Der Imbadrach raucht 10. Attacke. Das sieht immer so heftig aus. 13.000 XP. Nicht schlecht. Lilly. Du versuchst es also ganz auf eigene Faust. Bitte verstehe doch. Kann die andere nicht noch weiter hinein ziehen? Ich dachte wir wären Freunde. Das sind wir auch. Und gerade deswegen wollte ich nicht. Ich bin kein Mensch von Gaia. Es hätte genauso gut kommen können, dass ich es bin, der Alexandria ins Unglück stürzt. Glaubst du? Da kann ich einfach ruhigen Gewissens mit euch umherziehen? Sedan. Sedan. Du warst immer für uns da, wenn wir dich brauchten. Aber du bist es, der nicht versteht, denn wir waren und sind ebenso für dich da. Genau so wie du auf uns aufgepasst hast, haben wir auch auf dich aufgepasst. Genau wie du uns vertraut und an uns geglaubt hast, haben wir dir vertraut und an dich geglaubt, Sedan. So wie du uns immer beschützt hast, möchten wir dich jetzt beschützen. Wir möchten dich beschützen, Sedan. Lili. So ist es, Mampf. Mein Meister sagte immer, hast du was leckeres bekommen, musst du was leckeres geben, Mampf, Mampf. Sedan. Ich schulde dir noch jede Menge schaftige Frösche, Mampf. Huina. Würde ich dich alleine ziehen lassen, wäre ich der Ritterschaft nicht würdig. Der Name Steiner, für immer befleckt. Als versuche er es gar nicht, uns davon abzubringen. Wir werden dir bis zum bitteren Ende folgen. Steiner. Hehe. Ich glaube, ihr seid ebenso große Kindsköpfe, wie ich es bin. Das Kompliment gebe ich zurück. Dann lasst uns gehen. Aber Moment. Wo sind denn die anderen vier? Ja. Kann es sein, dass sie vielleicht ausgesperrt wurden? Wahrscheinlich, Mampf. Das kommt davon, weil der Herr meint, er könne alles alleine meistern. Da muss ich zustimmen. Einfach unverantwortlich. Ja, ja. Ist ja gut. Ich habe es ja eingesehen. Dann holen wir die anderen und gehen alle gemeinsam. Sieh da an. Sieh da an. Sieh da an, du. Einfach so allein loszuziehen gilt nicht. Entschuldigt Leute. Ich weiß jetzt, dass ich doch eure Hilfe brauche. Aber nur, wenn du uns nicht mehr alleine lässt. Aber nein. Scheint sich also endgültig entschieden zu haben. Immer dieses lästige hin und her. Und jetzt gibt es nur noch einen Weg. Den zu Garland. Ach ja. Da fällt mir ein. Der Murgri aus Bran Balu war so nett und ist mit uns gekommen. Sag mir Bescheid. Korrekt. Das wird uns helfen, diesen verrückten Ort hier zu bezwingen. Ja, zusammen schaffen wir es. So. Jetzt möchte ich aber mein Stammteam wieder drinnen. So. Muck Shop. So. Muck Shop. So. 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 Get. So. 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 Einmal speichern. Jedenfall. Ich weiß nicht, was hier gleich kommt. Nichts. Jetzt noch weiter zurück. Irgendwas hier. Ein Birett. Das. Hört sich nach Waffe an. Oder das hier. Der hat sich hier gleich mal fett ausgerüstet. Mehrere Sachen. Martin Helm und Mystica ist neu. Eine Donnerklingel. Ei, ist nochmal ein fettes Schwert. Ah, Birett. Das ist ein Hut für ihn. Das ist die Blitzkappe ist schwächer. Als ich gerade gekauft habe. So, sauber. Und los geht's. Komm, speichern wir nochmal. Item gefunden. Neu equipped. Machen wir mal kurz. 46, fast 47 Stunden. Und um das Endschwert sozusagen für Steiner zu erhalten, habe ich gelesen, muss man das Game innerhalb von 12 Stunden bis zu diesem Punkt spielen. Also, fertig spielen. Gut. Das ist dann aber alles andere als gemütlich durchzocken und durchlesen. Das ist so schnell wie möglich durchklicken und was weiß ich was alles. Genau, Speedrun. Äh, ne. Speedrun ist mir dann doch ein bisschen zu stressig. Was ist das hier alles? Irgendwo was? Hier oben. Ein Schalter. Ähm. Au. Äh, 20 Sekunden. Ich schaff einfach mal voll an. Was? Wut? Leid abgelaufen. Was ist das? Wut? Den hat es einfach weggeweht. Jetzt irgendein Status oder so? Dann flüchte ich jetzt einfach. Wie soll ich das dann schaffen, wenn er jetzt mal ein Fight startet? Und tschüss. Wie soll ich das schaffen? Du darfst mit Fortlaufen nicht. Ich blick's nicht, was muss man noch machen? Garantiert. Bestimmt wegen irgendwas wichtig. Okay. Soll ich das schaffen, wenn da immer ein Fight startet? Oh, okay. Oh, okay. Bäm, weg mit. Oh, Steine hat noch irgendwas. Infektion ist das. Hoppser. Nicht genießbar. Delta-Attacke. Lol. Direkt tot. Duh, 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 Duh. Timmmal! Verder? Ohh! Fuck! Du, 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 du. Gimmelswind war es, glaube ich. Halt, hab ich nicht. Stein hat schon wieder irgendwas. Ah, wieder ein Effekt. So. So kommt kein Kampf, sobald ich das starte. So. Ah, schau mal. Ah, sonst habe ich hier keine Brücke. Hätte ich vorhin eigentlich merken können. Hier hat dich alle geheilt. Aha. Momentan eine Höhe 1, momentan eine Richtung 0. Ich kann in eine andere Richtung eingeben. Bestätigen. Ähm. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chat. Chat. Was sagt er? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Was machen wir am besten? 4. Wie kommst du auf 4? Wir machen einfach mal 4. Ja. Chat möchte das. Hier. Bestätigen. Wie kommst du auf 3, 5. Ich bin. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ah. In your face. Ach nein. Ich hab gar nicht geklaut Go, 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 Queener, friss Schmeckt gut Muss Schwäche werden, aber ich kann ihn fressen Darf ich's nur nicht übertreiben Königsdaune Komm, schlaf ein Tornado Läuft Jetzt hat er die Seuche Was, grad 25.000? Was, grad 25.000? Was, grad 26.000?